ja denn es soll mir dann ist so scheiße ja lass aber außen rumgehen ok ich hab die auf null prozent und ich höre die höh wie geht's Loll hallo Opfer das ist hier aufgenommen du hast ihn aufgenommen hab ich gerade gesehen lass hier durchgehen Juli warte ich brauche noch schnell hier äh ja ich hab gerade den Donner gehört hier unten ja ich auch dann ist ich auch du hast die Minecraft-Mucke außen welche Minecraft-Mucke ja warum stolz ok Loll warum denn weil mir Musik hinterlegen aha wo bist du ja jetzt lass mal Höhle suchen äh warte mal komm mal mit Mama was willst du lol ich hab einen Spawner wie geil äh nice brich frei schnell aus zerstören zerstören nein nicht zerstören da machen wir eine Falle hin ja ach was was spawnt da ich hab Blüten gesagt aber auch ok nee oh mann Skelette wären viel geiler Skelette sind Böschte lol lol wo kann man denn her da kann man aber ganz schön runterfallen Torei ja Pilze hier sind Pilze guck mal hier ist ein Mini-Pilz naja äh Juli licht licht ja ich seh das halt weil ich den ja mit Leitzen hab ja ich nicht ich weiß auch nicht warum hier schlauver wir laufen den ganzen Kreis ich hab auch nur 4 Fackeln hier ist noch ein Loch lol warte ich glaub ich hab da grad Alina oder Jonas gesehen da drüben ja genau da lang ich hab hier ein Skelett gesehen oh ne das war ein Skelett was da gelaufen ist lol wo kommt die Fackel hierher voll da kann ich schenke hier äh gute Frage ein Creeper hinter uns ja Creeper ach lol ha geil wir laufen da im Kreis oder ja ja ich bin hier jawoll hier liegen Pfeile ja ich seh ich ok letzte Fackel ja letzte Fackel und da ist ein Smarad da vorne da sieht aus wie so komische Ruinen lol Lord Zombie diese Alter die Berge dahinten sehen geil aus dun ok Juli hast du zufällig Holz dabei ja für Alter lass dich übelst geil aus wir fackeln ja ich seh grad was ja oder hast du ein Baum dabei ja und was ein Baum wow ja bei mir generiert es nicht so weit 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 äh der ist bei mir explodiert äh jetzt hast du alle Sticks ja hier ja hier äh alter wie geil das einfach nur aussieht ähm bitte hast du jetzt mehr wie ich ich hab 44 oh oha ich hab ne Schlucht Janis wo 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 warte komm mal zurück äh ich krieg grad nur das Lachflash ich krieg grad nur das Lachflash ich hab jetzt 1,2,3 Stacks Kohle ich weiß nicht wo du hier hoch ach 4 blubig ich sehe nix ihr habt euch einen richtig geilen Werkehnern ausgesucht jetzt pass auf jetzt das das war das was ich gesehen habe durch meinen Bug vorher und irgendwo muss hier die die Mine sein und da vorne ist Gold und wo bist du jetzt Alter wie ewig das ist ja ja ach da warte Lockbomb nein wir brauchen mehr als Eisen das kann man nicht so schnell fahren wie Kohle ja so dann drückst du das hier Kohle Alter so ich da unten irgendwas Alter wow lauf ich durch mich durch oh leul das ist ins Bad ja gib den mir wo da ist Gold hier Alter Monsterhöhle aber echt ja okay okay jetzt ist es gibt ich höre grad den Schluchtsound okay pass auf lass auf die andere Seite rüber wechseln Schluchts Schluchts ja ja hier geht's tiefer runter ja ich bin hier ich bin weiter reingegangen äh äh wir sollten uns nicht trennen äh wo bist du ich verlass mich nicht ich bin unten mein Skelett hat mich runter geschossen ja ich komm ja schon zurück ja ich hab's von oben erledigt wo bist du? nach da oben hier oben da ist nochmal eine Schlucht kann das sein? äh ja irgendwie WTF das ist ein Kreuz geil ja ja ich hab Eisern äh Juli ja dann warte mal geschwind ja ich warte hier hast du immer noch Stöcke? nein jetzt hab ich nie Peterholz noch Stöcke ja oh mein Gott wir sind gearscht ja erstens wir müssen da wieder ja oh ja lol bist du da grad runtergefallen irgendwo? ja direkt vor dir ok weil ich leuchte hier ein bisschen aus lol wie fett Juli ja ja wir sind in der Schlucht was wir statt dazu sagen ja ja hm 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 wir haben's noch nicht gefunden haha nur wieder nein wow pass auf pass auf da kommt ein Skelett wow na wo was ich bin teuer schon voll hä das ist extrem wo bist du? warte hier hier unten wo ist du? hier hier ich springe Juli irgendwo muss hier die Mine sein mann die hab ich vorher gesehen ich glaub hier ich glaub die ich hier aber die müssen wir uns machen oh sorry da wollte ich grad abbauen die müssen wir uns markieren weil mein ganz weil unsere Emmentaler sind ja voll ok ich könnt wetten das ist genau lol warum ist da Licht Creeper Skelett da ist wieder Gold ich seh Gold oh ein halbes Herz zwei Herzen oh ich hab ein halbes Herz eh und ich glaub das da ist die Mine das leuchtet so komisch oh kacke aber da können wir jetzt nicht rein warum bei uns werden die Stafel voll sind ja lass ne meint sich noch nicht voll oh mein Gott oh ich hab sogar noch Platz ja aber sicher Eisen wo bist du? ja okay hier geht's weiter nach unten und hier ist ein Zombie ach warte ich komm einfach siehst du meinen Namen? ja ja what the hier geht's nochmal runter und da ist wieder ein Smaragd wo kommen die ganzen Zombies her? da ist Spawner oh Gott da wieder echte wow wie viele oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott da ist auf jeden Fall ein Spawner sorry ne da ist Lava nein 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 geht zurück hier ist Lava ich tot da ist 100%iger Spawner ich hab keine Fakten dabei da ist auch Lava ja ich guck grad was da unten nach der Lava war ich hier? ne doch nicht dachte grad schon da äh lol wo bist du jetzt hin? da ist kein Spawner einfach einfach grad aus durch warte doch doch hier 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 ok ich sehs und da ist da rechts oben ist Gold falls du siehst da ist überall Gold und überall Eisen ich würd mal sagen wir haben's drauf aber echt wir machen grad die riesen lol ja wir haben den dritten Spawner schon gefunden hey was ist das für ein Buch gewesen? er zaubertes Buch mit Heilbarkeit 3 alter jetzt sind voll die Babos ach so das kaufe ich euch ab will ich auf mein Schwert ne kannste nachstecken uns aus hier gehts bestimmt weiter hast du ne Minimap? echt nicht ach verdammt ja oh wir haben beide wir haben beide eins ja Jannis ja ja was könnten wir uns hier auch noch ein mal den Dings machen nichts machen egal ich schreib einfach mal die Kulis auf viel Spaß los los lol bin ich zu blöd auf den Stein zu hüpfen ja ich schreib mir grad Kulis auf die Mongo so einfach 3 ok das geht ein bisschen arg weit nach oben ja 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 ich bin auf meinen Tisch ich hab nichts zu essen doch hab ich oh lass gehen ich wusste das ist worden also weil niemals können keine Ahnung acht Zombies auf einmal miteinander ja stimmt m ich hab mich zweifel was ich schon wieder ein Zombie wow wo Skelett bei dir dein Schwerd kaputt stirb doch ja ich hab'n Re nein mein ich treff das scheiß Skelett nicht jetzt äh ist die Kohle irgendwo da ja weil ich hab keine Fackeln mehr